Wie wird die Welt wohl aussehen, wenn wir mal erwachsen sind? Hm, ich weiß nicht. Meinst du, alles wird anders sein? Naja, heutzutage gibt es ja leider viele Probleme auf der Erde und ganz viel Ungerechtigkeit. Wie würdest du dir denn eine bessere Welt in der Zukunft vorstellen? Ich möchte, dass die Leute, die auf der Straße leben, ein normales Zuhause haben. Keine Menschen sollen Hunger haben. Alle Menschen sollen zum Arzt gehen und Medizin bekommen, wenn es ihnen nicht gut geht. Jedes Kind soll eine gute Bildung kriegen und zur Schule gehen können. Männer und Frauen sollen die gleichen Chancen haben und gleich viel zu sagen haben. Ich finde, alle Menschen sollten einen Zugang zu Toiletten und sauberes Trinkwasser haben. Denn ohne Wasser können wir nicht leben. Strom soll nachhaltig erzeugt werden. Niemand soll durch seine Arbeit krank werden. Alle sollen gut bezahlt werden. Es soll gute Straßen und Wege geben, damit sich alle Leute gegenseitig besuchen können. Wenn jemand eine gute Idee hat, soll ihm oder ihr geholfen werden, damit sie auch in echt etwas daraus bauen kann. Es soll weniger Unterschied geben zwischen armen und reichen Menschen und Ländern. Häuser, die in Städten gebaut werden, sollen die Natur nicht kaputt machen und für alle Menschen bequem sein. Wir wollen alle, dass wir eine schöne Welt haben ohne Dreck. Deswegen wirft die Sachen in den Mülleimer. Niemand soll Anziehsachen oder Essen oder Wasser verschwenden. Wenn die Erde zu warm wird, können die Menschen nicht gut leben. Deswegen muss das Klima geschützt werden. Ich möchte, dass das Leben im Wasser im Gleichgewicht bleibt und dass nicht zu viele Fische aus dem Wasser gefischt werden. Die Natur muss nicht zerstört werden und weiter wachsen können. Unsere Welt soll sicher sein und ohne Gefahren, besonders die Städte und die Wälder. Ich möchte, dass es keinen Krieg mehr gibt. Und ich möchte, dass alle Länder zusammenarbeiten. Wow, das wäre ja toll, wenn die Menschen wirklich so schlau werden und alle Probleme lösen können. Ja, das ist bestimmt ganz schön schwierig. Da müssen sich die Politiker und die Erwachsenen ganz schön anstrengen, um diese Ziele zu erreichen. Und wir auch. Da müssen alle mitmachen. Alle Menschen in allen Ländern der Welt. Dann schaffen wir das. Yeah! Ja! Ja! Ja!